Ja, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, in der heutigen Folge soll es überwiegend darum gehen, um unser Spiel ein bisschen funktionaler zu kriegen. Bis jetzt haben wir ja überwiegend eher grafische Dinge gemacht und jetzt geht es langsam Richtung Programmieren und dass wir hier das Spiel ans Laufen kriegen. Ich würde sagen, ich starte jetzt das Intro und dann zeige ich euch, was ich seit der letzten Folge geschafft habe. Intro Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal, wo es um die Hobbyprogrammierung von Spielen im mobilen Endbereich geht. Mein Name ist Florian. Also, ich starte wie üblich die Simulation, um euch zu zeigen, was sich seit dem letzten Mal verändert hat. Ich fange mit den unwichtigen kleinen Dingen erstmal an. Ich habe hier grafisch eine kleine Welle reingezeichnet, beziehungsweise zwei große Wellen, damit das hier oben auf dem Meer nicht so einsam aussieht. Und damit kann ich auch schon mal sagen, das ist das Einzige, was ich grafisch wirklich gemacht habe. Also, wir kommen ins Hauptgebäude und da ist nämlich der größte Teil passiert. Wir sehen, wir haben hier jetzt zu jedem Rohstoff einen Preis und dieser Preis verändert sich zyklisch. Hierfür habe ich einen kleinen Zufallsgenerator gebaut, beziehungsweise kann man bei dieser Entwicklungsumgebung relativ einfach programmieren. Und dieser Zufallsgenerator generiert eine Zahl zwischen minus 1 und 1, ganz rein zufällig. Und diese Zahl wird dort immer wieder aufaddiert oder halt subtrahiert, je nachdem, was es ist. Und dementsprechend haben wir hier eine zufällige Preisentwicklung. Es kann natürlich auch passieren, dass sich ein Preis auch 400 in die Höhe treibt. Ist halt alles im Zufall. Im Durchschnitt sollte es natürlich irgendwo bei 100 landen, weil das der Start ist. Ich werde jetzt erst mal was bestellen. Oder ich sage euch erst mal, wie ich es mir gedacht habe. An sich soll es halt so ein bisschen börsentechnisch gedacht sein, dass wir halt... Also, theoretisch brauchen wir ja alle Rohstoffe für unsere Siedlung. Aber dass wir hier halt die Möglichkeit haben, ui, wenn wir sehen, es ist gerade was im Angebot, relativ günstig, wie hier das Gold zum Beispiel, dann könnten wir uns da günstig einkaufen und schon mal unser Lager damit voll machen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal direkt. Wir sehen, wenn wir draufklicken, bleibt der Preis so stehen. Wir sind jetzt in der Kaufoption und können jetzt auswählen, wie viel wir für diesen Preis bestellen wollen. Wir sagen jetzt einfach mal 5 und dort sind jetzt... Hier sehen wir uns unten. Das habe ich auch noch verändert. Da stand vorher freie Bestellung. Ich habe es jetzt auf nur Bestellung geändert und zwar 1 von 1. Da stand vorhin noch 0 von 1. Ich weiß nicht, wenn ich es nicht gesehen habe, könnt ihr ja zurückspulen. Aber glaubt mir einfach, hier stand 0 von 1 und jetzt steht hier 1 von 1. Und wir können jetzt auch nichts weiter bestellen, solange dort nicht wieder eine 0 steht. Und die 0 wird natürlich resettet in dem Moment, wo wir unser Schiff entladen. Wir können doch mal einmal... Ja doch, entladen ist eben kurz, wenn es schon angefahren kommt. So, jetzt entladen wir es. Wir sehen, wir haben jetzt im Lager einen Bestand von 5 Gold. Unsere Siedlung ist mit Gold ein bisschen zufriedener geworden. Und wir haben unser Ziel erreicht. Ich kann mal einmal kurz nochmal in die Schatzkammer gehen. Und wir sehen auch, wenn wir jetzt das Gold gekauft haben. Das war ja irgendwie 5 für 70 Dollar oder was. Ein bisschen krummer war es. Dann sehen wir, alles klar, der bucht auch tatsächlich diese Summe ab. Ich könnte euch noch einmal kurz zeigen. Wenn ich jetzt wirklich, ich sagen wir mal, ich bestelle jetzt 3. Sehen wir, er ist gerade von 0 wieder auf 1 gesprungen. Und ich sage jetzt, alles klar, ich bestelle mir nochmal Eisen. Ihr hört es schon. Warte, ich gehe mal kurz drauf. Ich komme mit der Maus ans Mikro. Der nimmt das nicht an, weil wir keine freie Bestellung haben. Ich werde hier, denke ich mal, noch so eine kleine Message auswerfen. Also mit der Show-Message-Funktion. Die ihr, glaube ich, aus meinen Short-Videos schon kennen müsstet. Beziehungsweise aus dem Short-Videos. Es ist ja bis jetzt nur eins online, wo ich die If-Funktion erkläre. Dort ist sie auch mit drin. Wenn das Schiff ankommt, können wir das entladen. Und dann ist alles wie gehabt. Das wird wieder genullt und wir können es machen. Ich habe auch noch, ja, beim zweiten Mal habe ich die, also beim ersten Mal hatte ich, dass das Schiff schneller kommt als sonst. Ich bin mir noch nicht sicher mit den Zeiten, weil eigentlich soll es ja ein relativ schnelles Spiel sein und nicht so ein langsames. Ich denke, ich werde hier noch was dran ändern. Aber ich würde sagen, das hat euch schon mal einen kleinen Einblick in die Funktion gegeben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Detail. Aber bevor wir ins Detail gehen, sage ich euch noch einmal, was ich für die nächste Folge geplant habe. Ihr habt es ja gerade gesehen. Wenn wir was bestellen und das entladen, dann geht das hier ins Lager. Wir sehen es hier. Es ist da. Eisen haben wir gerade noch mal bestellt. Haben wir bestellt. Genau, ist in der Bestellung. Genauso wie Alkohol. Kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Haben wir das gemacht? Haben wir wahrscheinlich gemacht. Dann geht das ja sofort in die Siedlung. Und wir sehen, alles klar, das verändert sich hier. Das wollen wir ja nicht. Und für die nächste Folge habe ich geplant, dass wir es quasi erst mal nur im Lager haben, wie wir es schon haben. Und dass wir dann die Bestände hier über den Marktplatz erst verkaufen müssen an die Siedlung, damit sich das hier verändert. Und ich hätte gerne auch noch drin, ich hoffe, dass ich das alles bis zur nächsten Folge schaffe, aber ich hätte es gerne noch drin, dass der Preis sich ein bisschen an den Bedürfnissen anpasst. Also hier, wenn die alle auf Rot sind, dann ist das Bedürfnis relativ hoch, dass sie das brauchen. Dann sollte die auch relativ viel zahlen. Also sollte der Verkaufspreis relativ hoch sein. Wenn das Bedürfnis jetzt hier irgendwo gesättigt ist, dann sollte der Verkaufspreis relativ niedrig sein. Und das ist für die nächste Folge geplant. Ihr hört schon, das ist heute eine etwas längere Folge. Aber ich glaube, das ist auch mal nicht verkehrt. Und wir kommen ins Detail. Im Detail. Also, auch jetzt habe ich neben das Mikro hergeredet. Ich habe hier ordentlich was gebastelt. Ich denke, ich werde nicht auf alles eingehen können, weil das doch relativ viel ist. Aber ich glaube, ich zeige euch erst mal den Bestätigen-Button. Und hier habe ich es wie folgt gemacht. Das ist, äh... Ah, warte, ich kann mal in den Raum reingehen. Räume. Und zwar ist das im Hauptgebäude. Wenn wir hier draufklicken, gehen wir ja in die Rohstoffbestellung. Und wenn wir in der Rohstoffbestellung sind, ist das dieser Button hier. Dann sind wir da. Und wenn wir auf diesen Button klicken, dann soll der das hier ausfüllen. Führen? Nicht füllen, das wäre Quatsch. Ähm, und hier steht ja drin, der Alkoholbestandkosten gleich Alkoholbestell neu mal Globalalkoholpreis. Das ist das nämlich, dass er, ähm, wir hatten es hier gesehen, hier stand ja immer der Preis. Hier stand die Menge und das ist einfach die Rechnung dieser Zeile. Ist quasi die Rechnung, wo er den, den, äh, die Bestellmenge mal den Preis nimmt und das dann in die Bestellkosten quasi reinschreibt. Als nächstes haben wir hier die Abfrage. Ach, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt. Als nächstes haben wir eine If-Abfrage. Äh, ihr kennt es aus dem Short-Video. Falls ihr es nicht kennt, kennt ihr es von hier. Und, äh, äh, falls ihr es nochmal sehen wollt, könnt ihr, kann ich euch gerne das Short-Video empfehlen. Ähm, wir sehen hier. Hier haben wir eine If-Abfrage von den Alkoholbestellkosten, die wir ja gerade hier ausgerechnet haben. Und er fragt, ob die Bestellkosten kleiner sind als das Geld, was wir quasi haben. Und wenn, wie das Geld, äh, wenn die Bestellkosten größer sind als das Geld, dann geht er hier gar nicht rein. Dementsprechend wird die Transaktion dann gar nicht stattfinden. Das habe ich euch vorhin in der Simulation gar nicht gezeigt. Äh, aber ihr seht es ja. Dass das so funktioniert. Ähm, in der Transaktion quasi, äh, setzt er den neuen Bestell, also wir, wir generieren quasi, äh, mit dem Plus und Minus, sagen wir ja, wie viel das sein soll, die Menge. Und das schreiben wir in Bestell neu rein. Und wenn wir auf den OK-Button drücken, dann schreibt er das von Bestell neu in den Bestell, äh, äh, Integer rein. Und somit können wir damit dann weiterarbeiten. Als nächstes nimmt er das globale Geld und rechnet es dann minus die Bestellkosten und schreibt dann diesen Wert als neue Zahl ins globale Geld rein. Das habe ich natürlich für alle Rohstoffe gemacht und ich denke mal, das sollte auch so gut sein. Ähm, hier kann ich es noch einmal kurz zeigen. Das kommt, da kommt er am Ende hin. Hier habe ich eine riesenlange Funktion. Das ist eine if-Funktion. Und zwar, ähm, fragt, das ist der, äh, äh, der Bereich, wo wir abfragen, wie viele... Ne, das ist ja Quatsch. Was war denn das nochmal? Bestellt größer als 0? Achso, ja, das ist der, äh, folgender Fall, dass wenn wir da noch nichts drin haben und drücken auf, äh, äh, bestellen, dass er quasi nichts macht, sondern erst, wenn unser, unsere Bestellgröße größer ist als 0. Also, wenn wir auch wirklich was ausgeführt haben. Es kommt da durcheinander und schickt das Schiff los, das ist ja alles Quatsch, ne? Deswegen habe ich diese Funktion für alle, äh, für alle Rohstoffe einmal reingeschrieben. Und das ist auch gut. Äh, und hier haben wir dann nochmal eine if-Abfrage, ob wir auch genug Handelsschiffe frei haben. Also, wir haben hier Handelsschiffe und diese Zahl muss natürlich kleiner sein als die, äh, äh, Handelmenge. Die Namen habe ich ein bisschen blöd gewählt, aber das war, äh, hier unten stand das, ne? In der Simulation, das ist der Teil der Funktion. Hm, ich bin noch nicht fertig. Ich mache nochmal ein bisschen weiter. Ich glaube, es stört euch nicht, wenn ich tiefer ins Detail gehe. Ich glaube, wir haben hier doch ein paar dabei, die da ein bisschen Gefallen gefunden haben. Wir haben, ähm, hier wird dann die, 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 die Zahl dann hochgeschrieben mit Plus Plus. Das ist die, die Zahl, die wir, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die hier unten steht. Da stand ja Null von Eins. Mit dem Plus Plus schreiben wir dann die Zahl eins hoch und wir verlassen den Raum vorher. Ihr habt gesehen, er macht es trotzdem. Ich wundere mich gerade, weil eigentlich hätte er, ah, er muss ja erst aus der, ja, vergesst, was ich gesagt habe. Hier habe ich was probiert. Das hat aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Und falls wir hier einen Programmiercrack dabei haben, der deutlich besser ist als ich, wo ich davon ausgehe, dass wir jemanden dabei haben, der oder die besser ist als ich, äh, könnte ich mir aber mal sagen, warum das nicht funktioniert hat. Aus irgendeinem Grund, äh, wollte das nicht so, wie es sollte. Hm, wir kommen einmal kurz zum Hauptmenü noch. Hauptmenü, zum Hauptgebäude. Hier ist der Zufallsgenerator. Den zeige ich euch auch nochmal einmal kurz. Hier haben wir erstmal einmal, äh, die Framerate quasi. Es war mir zu schnell. Ich habe das Programm durchschnittlich, glaube ich, auf 60 FPS eingestellt. 30 oder 60. Und ich fand es einfach Quatsch, dass er die Zahl 30 oder 60 Mal pro Sekunde ändert. Da kommen wir so schnell in irgendwelche Zahlen rein, die einfach absurd sind. Da ergibt das keinen Sinn. Deswegen habe ich quasi ein Delay eingebaut, möchte ich sagen. Ähm, sieht wie folgt aus. Wir gehen, ist ein Step-Event. Der geht ja 60 Mal pro Sekunde rein. Und jedes Mal zählt er das hoch um 1. Und wenn er auf 50 ist, dann führt er erst das aus, was er macht. Und am Ende, wir sehen es hier, schreiben wir es wieder auf 0. Also, ähm, es ist ein kleines bisschen schneller als eine Sekunde. Wenn ich es auf 60 machen würde, wäre es direkt genau eine Sekunde. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch. So. Jetzt, falls wir es auf 60 FPS haben, ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn nicht, sind es jetzt 2 Sekunden. Ähm, wie dem auch sei, damit können wir es quasi verlangsamen. So habe ich es mir nicht gedacht. Und wir kommen jetzt zu unseren Zufallsgenerator. Und das ist eigentlich nur eine einfache Rechnung. Nämlich haben wir hier die Funktion iRandomRange. Das i steht für Integer. Das heißt, dass der nur ganze Zahlen auswerfen soll. Wenn wir das i wegmachen würden, dann würde der, ach so, die Range ist übrigens minus 1 bis 1, seht ihr hier. Das heißt, zwischen den beiden Zahlen kann er alles machen. Ähm, wenn wir jetzt das i wegmachen würden, dann könnte es auch eben so gut sein, dass er uns minus 0,52 auswirft. Weil ich das Quatsch finde, bei direktem, äh, äh, Geld, wollen wir ja eigentlich in so ein Spiel jetzt nicht in die Komma-Bereiche reingehen, habe ich gesagt, wir wollen nur ganze Zahlen mit dem i. Also ein Integer Random mit der Reichweite, beziehungsweise mit der Range, ja, ist ja Reichweite, von minus 1 bis 1. Und diese Zahl wird dann einfach plus die aktuelle Zahl, also den aktuellen Preis genommen. Und wenn wir eine Minuszahl plus die aktuelle Zahl machen, dann ist es halt quasi, als ob wir die Zahl minus rechnen. Das sollten wir alle hingekriegt haben bis jetzt. Und das schreiben wir natürlich in die aktuelle Zahl dann auch rein. Ähm, ich würde sagen, das war jetzt eine sehr lange Folge und sie war auch vielleicht etwas trocken und stumpf, aber ich glaube, dass sie doch, ja, eigentlich das, äh, äh, wiedergibt, was sie euch wünscht. Ich hoffe es zumindestens. Äh, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr überhaupt noch, äh, euch das bis hierhin angeguckt habt. Wie ihr das findet, wenn wir so tief ins Detail gehen, beziehungsweise wenn wir das so stumpf ohne grafische, äh, Sachen machen. Oder ob ihr sagt, nee, wisst ihr was, ich will eigentlich nur noch das Gezeichnete sehen. Lass mich in Ruhe mit dem Quatsch. Oder was auch immer. Ähm, damit würde ich sagen, wir sehen uns am Mittwoch zu dem kleinen Short-Video wieder. Es geht ja immer nur eine Minute. Falls wir uns da nicht wiedersehen, sehen wir uns wahrscheinlich am Sonntag bei diesem Video hier wieder. beziehungsweise bei der nächsten Folge. Und damit würde ich sagen, bis die Tage. Und ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche.